Ich kenne da genau das richtige Pony für dich, Starlight. Das ist Big Mac. Yep. Viel redet er gerade nicht. Uh, ne. Oh, das ist schade, denn ich liebe gute Gespräche. Jep, 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 jep. Du hast irgendwas getan. Oh, was ist passiert da? Was anders? Ich rede so viel und habe darüber hinaus eine überaus präzise Artikulation. Was ist... Als Anna abends aß, aß Anna abends Anna nass. Macht, als es aufhört! Ich kann nicht mit jemandem befreundet sein, der nicht redet. Und mein erster Instinkt sollte wohl nicht sein, ein Pony mit Magie dazu zu bringen, das zu tun, was ich will. Gut, na schön, ich mach's rückgängig.